Hallihallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Live-after-SRE-Podcast. Ich muss mich outen, es ist die erste Folge des Jahres, die ich in kurzen Hosen aufnehme. Es ist Sommer, wir machen eine Sommerfolge. Wir haben einen spannenden Gast, Musikgast, aber Glenn ist auch da. Glenn, hast du auch kurze Hosen an? Tatsächlich ja, so heiß, wie es ist. Bei knapp 30 Grad im Studio sitze ich ja auch mit kurzer Hose. Sollte auch erlaubt sein. Unser Gast ist der Musikproduzent Timo Krämer. Hi, herzlich willkommen in der Show. Hallo, danke für die Einladung. Klar, wir freuen uns, dass wir dich haben. Wir kennen dich auch schon. Wir verfolgen dich beide, glaube ich, auf YouTube und Instagram sehr viel. Du bist ja auch stark als Produzent und Lecturer vertreten. Vielleicht stellst du dich einmal kurz selbst vor mit unseren großen drei Fragen. Wer bist du? Was machst du? Und warum machst du das eigentlich? Ja, ich bin Timo. Ich habe auch kurze Hosen an. Aktuell 27 Grad bei mir im Heimstudio und Arbeitsplatz. Und ja, Musikproduzent ist jetzt schon, werde ich öfter so vorgestellt. Aber ich frage mich das manchmal selbst. Weil mir wird immer schnell langweilig, wenn ich zu viel von einer Sache mache. Und deshalb wechselt das gelegentlich auch mal bei mir. Also ich wurde letztens zum ersten Mal in meinem Leben als YouTuber auch betitelt. Und ja, stimmt auch, ne? Ja, weiß ich nicht, ob das die Größe schon rechtfertigt. Das ist wie wenn jemand sich Künstler nennen würde, der 500 Dinger verkauft hat. Aber gut, gedisst. Ansonsten hört man halt häufig noch, früher war ich immer Timo mit Live-Sound. Timo auf Tour war ich da eine Zeit lang und natürlich auch immer Timo von der SAE. Also da gibt es schon so verschiedene Möglichkeiten. Ja klar. Ich meine, YouTuber, klar, Definitionsfrage. Aber du bist echt viel auf YouTube vertreten, unabhängig davon, wie viele Subscriber oder Views man hat. Und du postest regelmäßig, so verfolge ich das. Also du bist schon YouTuber, glaube ich. Ja, der Producer-Network-Kanal ist ziemlich groß für deutschsprachige Verhältnisse. Ja, vielleicht bin ich sogar ein bisschen YouTuber. Aber das ist eigentlich auch, weil du hast ja gefragt, warum ich das mache, ne? Ja. Und das ist eigentlich auch schon der Grund, den ich vorhin angesprochen hatte. Diese Abwechslung, die brauche ich unbedingt. Also wenn ich jeden Tag dasselbe mache, wenn ich jetzt nur mischen würde, nur mastern würde oder nur YouTube machen würde, das würde nicht lange gut gehen. Also der Hauptgrund für mich ist, wenn es mit Musik zu tun hat, wenn es mit Leuten zu tun hat, wenn es Spaß macht, dann kommt alles in Frage und dann noch Abwechslung. Dann bin ich ein glücklicher Mensch. Sehr gut, sehr gut. Ja, verstehe ich vollkommen. Kann auch, glaube ich, jeder mit relaten. Und wie du jetzt dazu gekommen bist, dass du mittlerweile so viele verschiedene Sachen machst und auch so breit aufgestellt bist, das hat ja irgendwie mal angefangen. Wollen wir mal da anfangen, wie du zu SAE gekommen bist und an welcher du warst? Ja, das war nach dem Abitur. Wir mussten ja damals noch Militär- oder Zivildienst machen. Und ich habe natürlich Zivildienst gemacht, so wie fast alle, die irgendwas mit Musik zu tun hatten damals. Stimmt. Und wollte überhaupt nicht studieren, weil was im Raum stand, war ein Musikstudium mit Violine, was ich zwölf Jahre gelernt hatte. Aber nicht so überzeugt war, dass das mein Lebensinhalt sein soll. Dann habe ich den Zivildienst sogar freiwillig verlängert. So sehr habe ich mich gedrückt vor dem Studieren. Und ein Kumpel von mir kam irgendwann mit einer Broschüre von der SAE um die Ecke. Und der selber hat dann nicht da studiert, aber ich. Und ich war in München. Ah. Ah ja, München. München gab es dann auch zum allerersten Mal einen Bachelor-Kurs damals. Das war Ende der 90er. Das hat mir natürlich sehr, sehr geholfen, meine Eltern zu überzeugen, das nötige Kleingeld aufzubringen. Klassiker, ja. Und dann bin ich nach München gezogen. Wann war das denn ungefähr? Das war 1996 habe ich angefangen. Ach, da sind wir ja gerade noch frisch auf die Welt gekommen, ungefähr. Für sein Weg geboren. 25 Jahre, ne? Ja, ja. War ich ein Jahr alt. Ja, ist noch länger. Gut, das war schlecht gerechnet. 27. Wahnsinn. Ja, 27 Jahre. Oder 26. Je nachdem. Ja, verrückt. Stark. Wahnsinn. Ich freue mich drauf. Ich habe nämlich das Gefühl, das hatten wir des Öfteren, so eine therapeutische Folge, wo wir rausfinden, warum du alles machst, was du machst, weil es einfach so unfassbar viele verschiedene Sachen sind. Sehr schön. Du hast München studiert, du hast einen Bachelor gemacht, schätze ich mal, du hast abgeschlossen. Ich habe direkt mal eine Frage. Wir sind mit dir im Kontakt mit einer SAE.edu-Adresse. Arbeitest du auch bei der SAE? Ja, sonst hätte ich hoffentlich diese Adresse nicht. Das stimmt. Ja, also ich wurde direkt nach meinem Studium, wurde ich gefragt, ob ich Studenten betreuen wollen würde, so der klassische Supi, wie es damals so schön hieß. Ja. Und das habe ich dann gemacht, habe dann eine Zeit später irgendwann auch mein erstes Thema unterrichten dürfen. Synthese war mein erstes Thema, werde ich auch nie vergessen. Mega. Wie nervös ich da war davor. Und ja, später war ich dann Schulleiter sogar acht Jahre lang in der SAE. Zuerst in Stuttgart, dann in Berlin und habe die in Leipzig sogar gegründet damals. Ach, wow. Ja. Alter, das wusste ich auch nicht. Wow, okay. Das ist natürlich spannend, das wussten wir. Das wussten wir ja tatsächlich auch nicht. Aber ich habe nur, weil ich die Adresse gesehen habe, dachte ich so, Moment, das fragen wir mal nach, weil das können wir natürlich dann das closen. Du bist der erste SAE-Mitarbeiter, der im Live auf der SAE-Podcast ist, tatsächlich. Ja, Fakt. Ja, also ich bin, wie man sich vielleicht denken kann, wenn ich noch so viel nebenher mache, ich bin kein Vollzeit-Mitarbeiter. Ja, ja, na klar. Also mittlerweile bin ich eher so da projektbezogen, aktiv und gebe hier und da mal noch einen Unterricht, entwickle neue Kurse mit. Mega. Aber es macht nach wie vor sehr viel Spaß. Ich habe dann Vollzeit aufgehört, als meine Tochter auf die Welt kam und hatte dann eine kleine SAE-Pause erstmal, habe mich dann um die Alumni-Chapter gekümmert, um die ehemaligen Vereinigung und ja, bin jetzt da ein bisschen so Mädchen für alles. Also immer, wenn es irgendwelche Projekte gibt, bin ich da möglicherweise involviert. Perfekt. Sehr gut. Dann schätze ich mal, Supervisor, so hieß es ja damals noch, also Studentenbetreuer war einer deiner ersten Jobs und so bist du dann ja auch in die SAE tiefer reingerutscht. Klingt zumindest danach. Wie ging es dann weiter? Wusstest du schon direkt, in welche Richtung du dann später in der Audiobranche, in welche du gehen möchtest? Eigentlich wollte ich ja, wie glaube ich alle, die Tontechnik studieren, eigentlich wollte ich Rockstar werden. Ja. Und wenn das nicht klappt, studiert man halt Tontechnik. Du kommst ja auch aus dem Metal, ne? Genau. Ja. Metal und Klassik sind so meine Wurzeln, genau. Ja, ja. Und ich habe dann, ich war schon weiterhin natürlich, es musste was mit Musik sein und ich habe während des Studiums schon angefangen live zu mischen. Ich war dann in der Woche, war ich in München und bin meistens am Wochenende schon zurück zu meinen Eltern, so knapp 200 Kilometer und da im Dorf oder in der kleinen Stadt gab es genau eine Beschallungsfirma und da hat man eh alle gekannt schon und die ganzen Bands und da habe ich dann schon angefangen am Wochenende live zu mischen. Ja und irgendwann hing am schwarzen Brett in der SAE, hing dann irgendwann was von Barbara Dennerlein, das die sucht. Das ist eine sehr berühmte Jazzmusikerin, die auch in München wohnt und in der SAE immer ihr Personal bezogen hat. Und gleichzeitig war mein Live-Dozent der damalige Gitarrist der Band Bonfire, die auch riesig war früher, so 80er, 90er und mit den beiden Acts war ich dann auf einmal auf Tour. Boah, das ging schnell. Ja, fand ich auch. Okay und dann warst du direkt im Live-Business drin, hattest du da auch direkt Bock drauf, also klingt ja schon danach. Ich weiß nur von vielen, die haben keine Lust auf dieses Roadtrip-Leben. Wie war das für dich, dass du da direkt reingerutscht bist? Ja, also das eine Phase habe ich vielleicht übersprungen. Da waren natürlich schon jetzt Monate, wenn nicht ein Jahr vielleicht sogar, weiß ich nicht mehr genau, Jugendhäuser, immer einzelne Gigs, wo ich alleine dann mit Bus hinfahren, mit PA hinten drin, dann die ganze Scheiße aufbauen, dann irgendwelche untalentierten Nachwuchsbands mischen mit halb kaputten Anlagen und nachts wieder einräumen und um vier Uhr morgens sich schwören, ich mache das nie wieder. Das ist der Hassel, ne? Aber man lernt halt so viel, wenn man alleine unterwegs ist. Das erste Festival, das ich alleine gemacht habe, so ein kleines Dorffestival, aber trotzdem war ich ganz alleine mit der PA Strom einschließen und wir hatten auch noch keine Handys damals. Ich habe dann ein DIN A4 Blatt bekommen von unserem Chef, der hat mir so aufgemalt, welches Kabel wohin muss und hat mir sein Handy mitgegeben. Er hatte schon eins, dass ich ihn am Festnetz vielleicht versuchen kann zu erreichen. Ah! Ja, und dann nach zwei Anrufen habe ich irgendwann was rausbekommen aus der PA, aber die erste Band konnte, glaube ich, noch zwei Songs spielen, weil ich einfach so langsam war. Ja, klar. Fuck! Und vor allem auch die Verantwortung, ne? Ja, also ich habe den ganzen Abend über mich geschämt, vor allem die da waren. Also ein Live-Kollege von uns beiden, von Kurt und mir, der Sascha, der war auch schon im Podcast, der ist ein sehr begeisterter Live-Tontechniker und ich habe ihn dazu auch mal gefragt und er meinte, er liebt es, diese Macht in Anführungszeichen zu haben, unter einem Fader, unter dem Master-Fader, die ganze Lautstärke, das ganze Event zu haben. Aber ich glaube, mir persönlich wäre das einfach zu viel Verantwortung, weil wenn irgendwas nicht am Sound klappt, dann bist du der Boomer dafür. Ja, total. Das ist schon... Also das Tourleben, was dann später kam, das fand ich schon sehr, sehr aufregend. Also im positiven wie im negativen Sinne, weil mein erstes Festival dann mit Bonfire war gleich so eine Aktion mit, weiß ich nicht, 5000 Leuten. Kein Soundcheck, irgendein Biker-Festival, schrecklich organisiert, auch kein richtiger Line-Check und ich war natürlich, ich konnte nicht mal was essen, bevor wir dran waren, da war ich wieder so aufgeregt. Und kann mich noch erinnern, ich habe dann den Haustechniker, der mit mir am Mischpult war, weil das war eine riesen analoge Mischpulte damals, das war ja alles noch über 20 Jahre her. Dann habe ich einfach mich durchgerungen zuzugeben, dass ich gerade die Band zum ersten Mal mische und wir keinen Soundcheck haben und ich mich ein bisschen überfordert fühle und ob wir uns gleich, wenn die Band einfach anfängt zu spielen und wir nicht mal eingepegelt haben, ob er mir einfach hilft. Und dann hat er gesagt, ja logisch, dann haben wir uns aufgeteilt, ich schlage Zeug, Bass, eher Gitarre, Vocals, damit wir mal zumindest in den ersten 20 Sekunden irgendeinen Sound daraus kriegen. Smart, okay. Also ja, ich erzähle jetzt natürlich nur die schrecklichen Sachen gerade. Ja, die wollen wir ja auch hören. Die wollen wir ja auch hören, das ist ja das Spannende, das ist ja nur ohne Pegeln, einfach Vollgas rein, das ist natürlich... Ja, ja, es war Wahnsinn teilweise, aber die schönen Momente überwiegen und gerade auf Tour, dann... Das ist ja schon diese ganzen Klischees über Rock'n'Roll und über eine Tour und das ist wie irgendwie eine Klassenfahrt mit Budget. Nach meiner Erfahrung sind die ganzen Klischees alle wahr. Ach, sehr gut, sehr gut. Klassenfahrt mit Budget. Das ist gut, ja. Ja, danach war ich mit Hip-Hop dann viel auf Tour, das war natürlich noch verrückter. Klar, glaube ich. Das muss ich nämlich mal sagen, also das hätten wir am Anfang eigentlich direkt mit reinbauen sollen. Deine Credits sind durchaus beeindruckend. Ich habe hier einfach nebenbei mal offen deine Webseite und du feuerst da auch raus, völlig zu Recht. Da sind Namen drauf wie Vega, Rav Camorra, Bones MC, Aligata, Moses Pelham, Zido, Guano Apes. Das ist schon ein ziemliches Line-Up, vor allem auch an Hip-Hop. Das ist durchaus beeindruckend. Wie bist du denn dann zum Hip-Hop gekommen? Weil ich glaube nicht, dass Zido dich anruft und sagt, ey cool, du machst eine Jazzsängerin, komm doch mal zu mir. Das glaube ich auch nicht, ne? Ja, das ist eigentlich auch eine verrückte Story. Also ich war selbst Fan von zumindest manchen Deutschrap-Sachen, jetzt eher so die nachdenklichen Sachen, so ganz viel Frankfurt, die Ecke. Gerade so Moses Pelham und so und Vega, auch Riesenfan von Vega und habe auch durch Zufall, durch einen Fehler eigentlich, bin ich auf Vega gestoßen, weil es gab früher in den 90ern schon ein Hip-Hop-Projekt, das hieß auch Vega. Die waren zu zweit, hatten eine CD draußen und das hat mir mein damaliger Mitbewohner, hat mir die CD mal gegeben und da war ein Song, der mich richtig erwischt hat damals. So und dann wollte ich den nach 20 Jahren, keine Ahnung, in einem Anflug von Nostalgie mal wieder illegal downloaden und habe dann nach Vega Hip-Hop gesucht und bin dann natürlich beim Frankfurter Vega gelandet und habe mir aus Versehen ein Album von ihm runtergeladen und habe das beim Laufen gehört und ich weiß noch, an welcher Stelle ich war in Berlin beim Joggen gerade, dann kam Winter, der Song von ihm. Und ich hatte direkt Bilder im Kopf, wie ich am Klavier sitze und er rappte den Song und ich wusste nicht mal, wer das ist und das ist einfach passiert dann ein paar Jahre später, dass wir den Song unplugged performt haben. Das werde ich nie richtig verstehen. Und was ich gemacht habe ist, ich habe eben einen Beat von mir, eine MP3 in Facebook geschickt mit einer sehr netten Nachricht. Ich saß glaube ich an der Nachricht länger dran als am Beat. War dann auch wirklich nervös, weil für mich war der einfach ein Star und das ist ja heute noch, ist jetzt auch einer meiner besten Freunde mittlerweile. Und hatte dann das Glück, dass er die Facebook-Nachricht gelesen hat und geantwortet hat und dann war mein erstes Release, war ich mit vier Songs auf seinem nächsten Album drauf. Das erste Release meines Lebens war dann auf Platz zwei. Alter, da ist schon eine gute Steilvorlage, das ist schon one in a million. Ja, ist verrückt. Nicht schlecht. Das kann man gar nicht fassen in so einem Moment. Nee, nee. Das heißt, du hast ja schon im Hintergrund dann Hip-Hop-Beats scheinbar produziert, die du dann an Künstler rausschicken konntest, oder? Ja, ein anderer Freund von mir, der auch in der SAE hier war in Berlin, der war als Tai-Chi, war der als Rapper damals ziemlich bekannt. Und der meinte einmal, er will was mit verzerrten E-Gitarren machen und ich bin doch so ein Metalhead. Und ob wir das zusammen machen. Das haben wir dann zusammen gemacht und so bin ich auf die Idee gekommen, dass ich eigentlich auch mal ein Hip-Hop-Instrumental machen könnte. Wie sieht es mit deinen anderen Referenzen aus? Kurt hat es ja gerade schon genannt. Wir können, ist egal, über wen wir sprechen. Wie bist du an die Leute gekommen? War das ein Domino-Effekt? Ich glaube nicht, dass du jetzt immer noch Facebook-Nachrichten rausschickst. Wie ist es dazu gekommen? Es war eine Mischung aus SAE und Domino-Effekt. Ja, weil Raph war Student bei mir gewesen. Als ich in Berlin unterrichtet hatte in der SAE, saß Raph bei mir im Zeitmanagement-Unterricht. Ach, der ist SAEler? Ja, Raph hat SAE in Wien, hat der Diplom angefangen, ist dann nach Berlin gezogen und hat hier bei uns Diplom zu Ende gemacht und Bachelor und sein DJ damals, der Hugo Bass, saß neben ihm in der Klasse. Die haben sich da kennengelernt. Boah, ich muss natürlich auch im Podcast kommen. Ja, und das Produzententeam auch. Das war alles ein SAE-Haufen bei Raph damals. Genau. Und das Lustige ist dann, als ich dann Vega ein bisschen kannte, war dann die Tour zu diesem Album, das auf Platz zwei war und dann war Vega in Berlin und ich war natürlich da und dann ist Backstage Raph aufgetaucht. Und dann war es ein großes Hallo, der Professor, haben sie dann zu mir gesagt und machen sie glaube ich heute immer noch. Und irgendwann hat Raph mich gefragt, ob ich ihm nicht jemanden empfehlen könnte, weil er jetzt mit Band auf Tour geht und er braucht jetzt jemanden am Mischpult zum ersten Mal. Weil viele Rapper machen ja ohne, mit DJ und zwei Mikros geht's vielleicht noch, kann man diskutieren, aber spätestens mit Band wollte er dann auf jeden Fall jemanden mithaben. Und ich habe ihm dann ein paar Leute vorgeschlagen, aber da war wohl niemand so richtig dabei. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, wenn du willst, gehe ich jetzt mal mit. Weil ich hatte Bock, wieder mal auf Tour zu gehen. Und ja, dann war ich auf einmal Soundmann bei Raph. Mega. Wahrscheinlich geht das. Krass. Krass. Ich wusste aber nicht, dass das auch so ein SAE-Haufen ist, das ganze Producer-Thema. Das ist natürlich auch ultra spannend. Ja, und ich schätze mal von da, ich meine, die Hip-Hop-Welt ist wahrscheinlich auch nicht so groß. Also ich kenne das halt aus der Elektrowelt. Das ist halt ein Dorf und wahrscheinlich spritze ich das dann rum, oder? Ja, weniger als man denkt. Also es gab so eine Zeit lang, nachdem das nächste Vega-Album, wo ich dann ganz Produzent war, ausführender Produzent und auch viel als Komponist, das war dann auf Platz eins. Und da gab es dann schon eine Phase, wo auch mal Leute sich bei mir gemeldet haben. So ein halbes Jahr lang. Aber auch nicht so, wie man denkt, dass einem jetzt die Tür eingerannt wird. Und vor allen Dingen war es nach ein paar Monaten einfach auch wieder komplett vorbei. Also man muss schon da, man muss nach außen. Und ich verstehe schon, dass Leute immer sagen, sie müssen Instagram und das ganze Social Media Game und immer aktiv sein und draußen sein. Und das ist so gar nicht meins. Ich bin am liebsten zu Hause, diese Angeberei, die immer so damit verbunden ist. Mir fällt selbst das, was ihr gerade von der Website vorgelesen habt, fällt mir schon schwer, die ganzen Namen zu droppen. Weil ich finde es immer so ein bisschen angeberisch. Nein, das ist verdient. Das ist harte Arbeit. Wir besprechen das ja gerade. Das hast du dir jetzt über Jahre aufgebaut. Und dann kann man dir auch reinschreiben. Ich würde es genauso machen. Und finde ich schon echt cool. Das ist jetzt kein Name-Dropping, sondern das ist einfach deine Arbeit. Aber ja, Thema Top of Mind und Social Media und sich online präsentieren. Du hast dann im Laufe der Zeit ja auch angefangen mit YouTube. Da bist du ja auf zwei Kanälen in erster Linie bekannt. Auf deinem eigenen Kanal, Timo Krämer, als auch im Producer Network, wo auch sämtliche SAE-Audio-Leute sich umtreiben. Wie ging es denn damit los? Und womit hat es zuerst angefangen? So ähnlich, wie es mit Deutschrap losging, ging es mit einer Leidenschaft los. Und vielleicht ist das auch schon der beste Tipp, den man geben kann, keine Business-Konzepte zu schreiben, sondern das zu machen, wo es einen hinzieht. Und wo man sich wohlfühlt und vielleicht sogar ein bisschen was beitragen kann. Und ich habe halt mein Fernsehen schon vor wahrscheinlich zehn Jahren ersetzt durch YouTube und Twitch. Ich habe mein Fernsehsignal nicht mal mehr angeschlossen zu Hause. Und ich liebe Computerspiele. Also ich gucke die ganze Zeit irgendwelchen Leuten zu, die Computer spielen einen halben Tag. Trotzdem zahlen wir alle Rundfunkgebühren. Ja, gut. Aber ich hole mir die zurück. Ich arbeite zweimal im Jahr beim Deutschlandradio auf der Buchmesse. Sehr gut, sehr gut. Well played, well played. Ja, und dann ist nicht nur mir aufgefallen, dass es eigentlich in YouTube super, super Produktionstutorials gibt. Wirklich. Ich habe selbst so viel noch gelernt nach der SAE in YouTube, aber halt auf Englisch alles. Und der Ingo, der den Kanal begonnen hat vom Producer Network, der war früher bei Avid im Marketing und den kannte ich schon auch von meinen SAE-Zeiten. Da hat man sich auf den Messen immer getroffen und so Kooperationen gemacht und Pro Tools bei ihm eingekauft. Und der hat irgendwann aufgehört bei Avid und wollte dann so einen Kanal gründen und hat dann auch an mich gedacht, weil von mir gab es schon ein Video damals, wo ich so einen Vegasong erklärt habe. Und das Video ist aus heutiger Sicht eine Katastrophe, aber so fängt man halt an. So fängt man an. Ja. Und dann habe ich quasi mit Ingo diesen Kanal gestartet. Also eher hauptsächlich, aber ich war der erste Content Creator. Und im Lockdown haben wir dann auch angefangen, live zu streamen, weil ich halt mit meiner Twitch-Begeisterung so lange ihn belagert habe. Lass uns mal Livestreams testen. Ja, und heute sind die mit fast das Wichtigste auf dem Kanal. Es läuft ja fast nur so, oder? Absolut. Genau. Ihr habt direkt die Interaktion mit eurem Publikum. Die stellen Fragen, du beantwortest die. Und ihr könnt einfach zwei Stunden mal deepdiven. Ja, und was mir so Spaß macht am Livestream ist ähnlich wie Live-Mission in der Musik, weil wenn ich im Studio was mache oder wenn ich ein Video aufnehme für YouTube, dann habe ich wie ganz viele diesen übertriebenen Perfektionismus und bin nie wirklich happy. Und wenn ich Live-Sound mache oder einen Livestream mache, dann ist das für den Moment. Das muss jetzt gut sein, das muss jetzt in der Halle gut klingen und danach ist es vorbei und dann war es geil. Und das macht mir irgendwie auch anders Spaß als Sachen, mit denen ich nie so 100% happy bin, wie dann so ein vorbereiteter Mix oder ein vorbereitetes YouTube-Video. Also du warst schon auf dem Producer-Network aktiv und hattest vorher schon deinen eigenen YouTube-Channel. Da hast du also schon angefangen, Tutorials zu machen. Wie kam es denn, wie kam es überhaupt darauf, jetzt deutschsprachige Tutorials anzubieten? Zuerst war der Producer-Network-Kanal und da war die Idee einfach, weil die englischsprachigen Tutorials halt so gut sind. Und warum gibt es das auf Deutsch nicht? Und viele, also gerade hier in Berlin, viele sprechen einfach nicht gut Englisch, haben vielleicht früher Russisch gelernt oder sprechen generell keine anderen Sprachen. Und wir dachten, das wäre mal geil, das auf Deutsch zu machen. Und ich habe ja eh so ein bisschen dieses Erklärgehen anscheinend. Ich komme ja auch aus einer kompletten Lehrerfamilie. Ach, du auch? Super, ich auch. Ich auch. Meine Geschwister selbst sind alle Lehrer. Und ich war immer die große Ausnahme, der studiert Tontechnik. Und was ist passiert? Ich bin auch Lehrer. Sehr gut, Timor. Und mir macht es halt Spaß, so komplizierte Sachverhalte so zu reduzieren, dass es viele Leute verstehen. Das reizt mich ziemlich daran. Und da war YouTube dann halt eine Möglichkeit. Und meinen eigenen Kanal habe ich dann irgendwann angefangen, weil ich natürlich beim Producer-Network jetzt nicht die komplette Kontrolle habe. Das ist ja Ingos Kanal. Also da kann ich jetzt nicht entscheiden, in welche Richtung der geht oder so. Und ich wollte einfach auch über andere Themen noch sprechen. Was ich auf meinem Kanal drauf habe, ist ja eher so alles drumrum um Musikproduktion. So Mindset, Soft-Skill-Themen, Zeitmanagement, Ziele setzen, Ziele erreichen, Minimalismus. Eher fast schon so esoterische Sachen teilweise. Und das hätte im Producer-Network natürlich gar keinen Platz. Da vielleicht auch mal so eine Business-Frage oder so eine kleine kritische Frage. Ich finde das super gut mit Tutorials. Ich mache das teilweise sogar selbst auch für den Bereich Sprachproduktion. Und ich wurde selbst auch schon gefragt, und das würde ich jetzt gerne weitergeben, nimmt man sich damit nicht eventuell dann die Aufträge weg, weil man ja den Leuten beibringt, gewisse Dinge in der Audio-Post-Produktion umzusetzen? Ich sage nein, aber was ist denn deine Meinung dazu? Nee, das Gegenteil ist der Fall. Also ich kriege dadurch, dass Leute sehen, dass ich mischen und mastern kann, kriege ich Aufträge. Also gerade jetzt, im jetzigen Zeitalter ist ja Content zu machen, gehört ja fast zu jedem Job dazu. Wir machen ja alle jeden Tag auch Marketing, ob wir wollen oder nicht. Und das gilt auch nicht nur für Freelancer, das ist für Eingestellte genauso. Unser Marktwert und ob wir Beschäftigung in fünf Jahren auch noch haben, hat schon viel damit zu tun, wie uns die restliche Welt wahrnimmt. Das ist super wichtig. Völlig richtig. Das heißt, du kannst Aufträge aufgrund der YouTube-Videos generieren. Das ist die Idee dann wahrscheinlich auch dahin. Ja, gerade vor Mastering haben ja viele Angst. Also viele trauen sich dann, wenn sie den Kanal ein Jahr lang angucken und üben, viele trauen sich dann alleine zu mischen, aber ins Mastering trauen sie sich trotzdem noch nicht rein, schicken es dann zu mir. Das ist schon viele Male, würde ich sagen, ist das schon passiert. Ja, ist für viele immer noch eine Blackbox, das Thema, habe ich das Gefühl. Ja, ist ein bisschen Voodoo dahinter. Ich finde halt bei deinem YouTube-Kanal großartig, dass du eben auch die ganzen Soft-Skill-Themen angehst, weil das kommt in vielen anderen Bereichen zu kurz, weil es geht immer nur so darum, ja, so macht man einen guten Mix und dies und das und so baust du einen Beat und so machst du ein Sound-Design und so. Aber oft scheitert es ja bei den Leuten gar nicht daran. So, die können einigermaßen okay mischen und auch kreativ sind sie auch, aber sie haben einfach die Probleme, wirklich eine Art Karriere daraus zu machen, weil sie eben nicht von A nach B kommen, weil sie überhaupt kein Management drin haben, weil sie sich auch nicht verkaufen können, weil sie mit ihrer Zeit auch schlecht umgehen. Ich freue mich total, dass du das sagst, weil es ist absolut genauso und ein EQ und einen Kompressor zu bedienen, wenn wir mal ehrlich sind, ist keine Raketenwissenschaft. Aber pünktlich zu sein und zu wissen, wann halte ich die Klappe und wann nicht. Und einen Umgangston zu treffen mit völlig verschiedenen Menschen, damit ist es so einfach, aus der Masse rauszugehen. Und ich habe das perfekte Beispiel. Ich habe ja vorhin erzählt, wie ich bei Raph Soundmann wurde und ich hatte einen Detail noch nicht gesagt. Ich habe ihm damals, glaube ich, sieben Leute vorgeschlagen. Und er und sein Manager, der Ronny, die haben dann irgendwann sich bei mir wieder gemeldet und Raph hat mir erzählt, die haben mit allen sieben Kontakt gehabt und konnten sich bei vieren davon vorstellen, dass die dazu in der Lage wären. Aber bei allen vieren konnten sie sich nicht vorstellen, mit denen jeden Tag sieben Stunden lang im Tourbus zu sitzen. Ja, richtig. Genauso was meine ich halt so. Also wo du denkst, ja, der ist technisch gut, aber dem kannst du halt nicht zusammenarbeiten. Ja, und live ist ja noch verrückter. Du weißt ja nicht mal, ob die gut sind. Ja, klar. Du sitzt ja zusammen. Die Künstler sind ja die einzigen, die nie hören, ob ich eine gute Arbeit mache. Ja, stimmt. Die stehen auf der Bühne, die hören ja gar nicht, wie es im Publikum klickt. Da haben sie den Monitormix für, genau. Ja, und das macht jemand anders. Monitormix macht jemand anders. Vertrauenssache. Da gibt es auch ein ganz gutes Buch zu, das habe ich auch vor Jahren schon wissbegierig durchgelesen, von Michael Beinhorn, Unlocking Creativity. Ist auf Englisch und da geht es genau auch nochmal um diese Themen, wie man mit einem Künstler im Studio spricht und umgeht, wie man formuliert, dass vielleicht dieser Gesangstake jetzt nicht der Take war und man dann vorsichtig den Leuten beibringt, das nochmal einzusingen oder worauf zu achten ist. Dass man nicht sagt, ja, nee, das war nichts, sondern dass man das auch ausformulieren kann. Konstruktiv. Rick Rubin hat ja jetzt ein neues Buch geschrieben gerade und ist deshalb wieder in allen Podcasts und ich habe mir die auch alle angehört, wirklich. Das ist auch genau das Thema. Was macht der mit diesen Menschen, dass die irgendwie ihre Kunst so gut aus sich rauskriegen? Das ist so ein spannendes Thema. Total wichtig. Vor allem als Nicht-Engineer, vor allem als jemand, der eigentlich eben kein abgeschlossenes Studium oder so hat. Er hat einfach die Source, das aus den Leuten rauszuholen. Ihr habt den Eindruck, das Studium steht uns ganz oft im Weg, sei es jetzt musikalisch oder technisch. Viele Profis sagen, irgendwann mussten sie wieder verlernen, wenn die am Instrument zu viel theoretisch rangehen und jemand, der noch nie eine Gitarre in der Hand hatte, würde das viel intuitiver machen und da will man ja manchmal wieder zurück. Na klar. Erwischen wir uns, glaube ich, alle gegenseitig in der täglichen Arbeit, wenn man irgendwie an einem EQ schraubt. Früher dachte man auch, ja, vielleicht nur so und so viel geben, aber nee, man muss so viel reingeben, wie es dann auch die Klangquelle benötigt und wie es sich gut anhört und nicht das, was man ungefähr lernt, nur weil es auf dem Papier gut ist. Total, total. Es ist irgendwie auch, ich meine, das ist, das Studium ist natürlich total gut. Ich meine, deswegen haben wir es gemacht und wir haben ja auch jeder unsere Karriere damit gemacht. Aber das Ding ist, dass du natürlich gerade die erste Zeit so in den perfekten Herangehensweisen lernst. Umgebungen auch. Die Sachen, die du lernst, sind natürlich völlig richtig. Boosst du nicht über so und so viel DB. Aber viele Menschen nehmen das so religiös ernst und glauben halt wirklich, wenn ich einem EQ mehr als 6 DB mache, ist es falsch. Bullshit. Also teilweise, was ich im Recording für absurde EQ-Settings habe und es klingt fantastisch danach. Natürlich. Du musst verlernen. Du musst wirklich aktiv verlernen, wie es geht. Ja. Die Faustregeln haben schon eine Berechtigung am Anfang und dann bricht man sie irgendwann. Ich habe mich auch nie getraut, ein EQ ganz nach rechts zu drehen. Ich dachte, das wäre zu extrem. Und jetzt teilweise mache ich das zweimal hintereinander mit demselben Plugin. Also wenn es am Ende gut klingt, war es richtig. Aber ich meine, das ist eine Voraussetzung halt, glaube ich, die man vielleicht mitbringen muss. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, warum man nicht geeignet sein kann für den Job. Das ist vielleicht eine davon. Ja, genau. Ich denke auch, das technische Know-how sollte sowieso vorausgesetzt sein, wenn man in dem Job arbeiten will. Egal in welchem Nischenbereich. Aber das Zwischenländliche, das sollte man erstmal mitbringen. Also man sollte sowieso schon ein gewisses Charisma an den Tag bringen. Und wenn man sich das dann noch aneignet durch das Hören von Hörbüchern oder das Lesen von Literatur darüber und dann auch an sich arbeitet, also so eine Selbsthilfe noch da mit reinbringt, dann kann man es ja scheinbar auch irgendwie nach vorne schaffen. Weil die Technik, die sollte nicht mehr im Weg stehen. Überleg jetzt gerade, weil es gibt ja auch so Jobs, die man auch alleine im Kämmerchen machen kann. Da gibt es ja schon auch. Aber die reizen wahrscheinlich die meisten von uns nicht so. Ich beziehe mich jetzt auf die Arbeit mit Künstlern. Das meinte ich jetzt. Ja. Genau. Eine kannst du zu Hause vor dich hinschweigen. Ja, ich dachte jetzt Tontechnik allgemein, weil ganz viele Jobs haben ja auch gar nichts mit Musik zu tun. Richtig. Ja, klar. Aber selbst im ADR-Bereich zum Beispiel, wenn du Sprache aufnimmst für Filme, da bist du die ganze Zeit mit den Voice-Over-Talents im Raum oder die sind im Nebenraum, im Vocalbooth. Und du musst auch da mit den Leuten kommunizieren, ja nee, der Take war nichts, den brauche ich ein bisschen schlanker oder breiter. Und manche sind zickig, manche nicht. Es sind auch viele Schauspieler bei, die halten viel von sich. Also jetzt ganz verallgemeinert gesprochen. Und da muss man dann auch wissen, wie kann ich an so eine Person rangehen. Also selbst da merkst du es. Genau. Ja, Kommunikationstraining im weitesten Sinne. Und da sind wir auch dran, da bin ich jetzt auch in einem Projekt drin in der SAE, dass sowas auch in die Lehrpläne reinkommt. Was ich zum Beispiel mache, wenn ich ein Vocal Take nicht gut finde und ein Rapper steht neben mir, dann sind so meine zwei Grundregeln. Das ist einmal, ich spreche nie über die Person, sondern nur über den Take. Ich zeige auf dem Bildschirm auf die Wellenform und sage, die Stelle gefällt mir nicht. Ich würde niemals sagen, du hast schlecht gerappt. Ich spreche nicht über die Person, ich spreche über den Take und ich gebe das immer als meine Meinung wieder. Mir gefällt nicht. Ich würde niemals sagen, das ist schlecht. Und das sind so kleine Sachen, würde man meinen, die einen riesen Unterschied natürlich machen, wenn man so die Kommunikation zwischen den Menschen anguckt. Insbesondere, wenn man jemanden noch nicht gut kennt. Ja, es ist abstrahiert. Es ist abstrakt. Es ist nur ein farbiger Block auf einem Computer und du beleidigst ihn nicht direkt. Ja, genau. Sehr gut. Weil du gerade gesagt hast, du kümmerst dich darum, dass das vielleicht auch in Lehrpläne zurückkommt. Lass uns nochmal den Bogen zurück zu dir schlagen. Das interessiert mich nämlich jetzt, weil du so wahnsinnig vielseitig unterwegs bist. Du bist in der SAE, du bist live unterwegs, du bist im Studio unterwegs. Aktuell nur noch im Studio anscheinend. wie wir gelesen haben. Sehr, sehr aktiv. Du bist auf YouTube. Was hast du vor dir? Also wo geht das hin? Hast du irgendwie einen Plan, was in nächster Zeit ansteht? Das Komische ist, und das stört mich auch ein bisschen oder würde mich stören, wenn ich nochmal jünger wäre. Ich habe mich sehr, sehr lange einfach treiben lassen. Ich habe nie zu irgendwas Nein gesagt. Locker, bis ich 30 war. Ich glaube sogar ein bisschen länger. Und habe immer einfach das gemacht, was andere Leute vorgeschlagen haben. Das hat sich trotzdem gut entwickelt. Aber irgendwann dann so, irgendwann in meinen 30ern habe ich auch angefangen, das selbst in die Hand zu nehmen und zu steuern. Und die größte Überraschung für mich selbst war, dass das Musikproduzieren wieder wegging. Weil das habe ich immer für meinen Traumjob gehalten, seit ich ein Kind bin. Musik zu machen, insbesondere auch live auf einer Bühne zu stehen. Aber das gab es ja auch. Ich war mit Vega auch als Gitarrist und Pianist auf Tour. Und ich habe das ja alles erlebt, was immer meine Jugendträume waren. Und danach ging es wieder weg. Das hätte ich nie erwartet. Niemals, niemals. Und seitdem bin ich mit so Zukunftsprognosen eigentlich bin ich durch. Also das Thema ist abgehackt. Auch weil ich so viele kluge Leute gehört habe, die sagen, ey, ich versuche mehr im Moment zu sein. Und da einfach, dann ergibt sich die Zukunft von selbst so, wie sie sein soll. Ja, und ich versuche da gar nicht. Klar, mache ich schon auch einen Plan fürs nächste Jahr und für den nächsten Monat und habe einen Kalender und Termine. Logisch. Aber ich überlege jetzt nicht, was will ich noch alles machen. Wenn YouTube langweilig wird, keine Ahnung, dann gibt es eh schon wieder was Neues. Das, was gerade technisch wieder alles abgeht. Ja, eben. Wir wissen ja nicht mal, was in zehn Jahren, ob es da noch YouTube gibt. Richtig. Das stimmt eigentlich. Da sind wir alle in der VR-Bubble drin, mit Apple. Sehr gut. Ja, verrückt. Da waren ja schon ganz viele Weisheiten mit drin. Hast du denn noch einen Tipp für angehende Tontechniker, die jetzt gerade fertig sind mit dem Studium und zum Beispiel auch in die Selbstständigkeit kommen? Was sollten die noch mitbringen, um vielleicht auch in die Musikproduktion zu kommen? Also ich kann nur sagen, wie ich es gemacht habe. Ich habe halt am Anfang alles mitgenommen und habe wirklich viel gearbeitet und sehr anstrengende Sachen. Ich habe es damals zwar nicht so wahrgenommen, bekommen. Teilweise nicht so wie jetzt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde das nochmal machen, das würde ich niemanden für kein Geld der Welt. Aber das ist halt der Anfang. Und irgendwann kommt der Tag, an dem man zum ersten Mal zwischen zwei Dingen entscheiden kann und was ablehnen kann. Und dann ist eigentlich, das ist der Durchbruch, würde ich sagen. Und das kann ein Jahr dauern, das kann zehn Jahre dauern. Für manche passiert es nie, für manche passiert es vielleicht nach einer Woche. Und dahin, das ist heute nicht mehr so populär, glaube ich. Die Leute wollen alle das Ergebnis, aber nicht mehr die Arbeit reinstecken, habe ich manchmal den Eindruck. Das ist wie die YouTube-Videos, die drei geheimen Tipps fürs perfekte Master. Das Video dauert zwei Minuten und danach mastert man genauso schlecht wie davor. Mastering-Ingenieure hassen diesen Trick, solche Sachen. Genau das. Ich weiß auch nicht, ob es mehr Tipps überhaupt gibt, außer halt der Leidenschaft zu folgen. Tontechnik ist deshalb so cool, um einzusteigen, weil man halt verschiedene Sachen parallel machen kann und auf die Chance quasi warten kann, bis man was mit Musik machen darf und solange halt Hörbücher schneidet oder Fernsehen dann macht. Ich habe auch viele Tutorials für Microsoft geschnitten damals, tageweise. So was macht man dann halt mal, um Geld zu verdienen. Ja klar, das ist wie Podcast-Editing, machen auch ganz viele nebenbei. Weil das kriegst du jede Woche rein oder jeden Monat. Das ist dann einfach so Beifang. Das kann man machen. Und das andere habt ihr vorhin selbst schon genannt, Soft Skills. Einfach durch Zuverlässigkeit und Freundlichkeit. Es ist einfacher, sich von der Masse abzuheben, als durch Perfekt EQen und Perfekt komprimieren können. Finde ich gut. Sehr schön, sehr schön. Wir haben noch eine, die machen wir nicht immer, aber da du einfach schon so lange im Business bist, bin ich zuversichtlich, dass du was findest. Eins hast du schon erzählt, aber wir wollen noch mehr hören. Wir haben manchmal so eine Rubrik, dass wir einfach gerne einmal fragen, was war denn so eins deiner größten Fails? So richtig schlimm. Hast du noch was für uns? Ja, oje, das sind so viele. Das ist live irgendwie mal was komplett in die Hose gegangen. Ja, tatsächlich. Also vielleicht der größte Fail. Ich meine Größe. Gibt es jetzt zwei Definitionen. Einmal, wie viele Leute standen vor der Bühne oder wie schlimm fand ich das selber. Aber ich sage euch mal den mit den meisten Leuten. Das war die Premiere von Palmen aus Plastik auf dem Splash. Ach du Scheiße. Genau. Das ist schlecht, wenn die Story so losgeht. Das war gigantisch damals. Das war gigantisch. Das war das allererste Mal, dass Raph und Bones den Song performt haben live und die CD war noch nicht mal draußen und niemand wusste, wie das explodieren wird. Aber es war trotzdem Splash Mainstage natürlich. Und die hatten Pyrotechnik. Die haben fast die ganze Gage in die Show reingesteckt auf diesem Splash. Das ist super, Leute. So und jetzt hatte ich da die Avid-Konsole. Und bei der Avid-Konsole ist es so, wenn man einen gepaarten Stereo-Kanal auf zwei Monokanäle schaltet, bleiben die Panoramas links und rechts. Und vor uns hat eine Band gespielt, die hatte auf dem Kanal, wo wir Mikros hatten, hatte die ein Stereo-Signal. Das heißt, eins von meinen Mikros vom Backup-Rapper zum Glück. Das war jetzt nicht Raph und nicht Bones. Aber der Backup-Rapper, den die noch hatten, war nur nach rechts gepennt. Und weil die so viele Vocals im Playback drin haben, habe ich das einfach nicht bemerkt. Und irgendwann kriegen wir so am FOH-Platz eine Nachricht vom Ü-Wagen, ob vielleicht der FOH-Ingenieur irgendwann auch mal den Rapper in die Mitte pennen würde. Oh nein. Gott. Und das haben zigtausend Leute gehört. Scheiße. Danach war das Ding auf YouTube mit dem Backup-Rapper nur rechts. Kein einziger Kommentar dazu. Ey, das interessiert einfach. Aber das ist auch interessant, ne? Das interessiert keine Sau. Und die wirklich, also die Backing-Vocals, weil ich höre ja zu. Ich habe ja zugehört. Und man steht halt relativ weit hinten beim Splash mit dem FOH-Platz. Es ist nicht der direkteste Sound. Aber es war eigentlich wirklich nicht zu hören. Insofern Glück im Unglück. Sehr gut, sehr gut. Oh, das ist schon schlimm. Oh, ich kriege kalt runter, wenn du die Nachricht kriegst. Irgendwie hast du 15.000 Leute vor mir. Möchtest du vielleicht doch mal in der Mitte pennen? Oh nein. Es ist aber traurig, dass das die Laien dann scheinbar nicht hören oder nicht interessiert. Das ist echt die harte Realität. Weil sie es Mono auf dem Handy hören. Ja. Ja. Aber mittlerweile sind die auch nicht mehr Mono. Natürlich war der Sound insgesamt geil. Wie fast immer bei mir. Natürlich. Sehr gut. Thema-Sound, na klar. Ja, tatsächlich. Wenn ich sage, ich kann was wirklich gut, ist das Live-Mischen. Wenn jetzt gefragt werden würde, wo war ich am besten, würde ich sagen Live-Mischen. Schön. Da hatte ich schon irgendwie ein Händchen dafür. Finde ich auch cool. Wenn man sich traut, einfach mal über seine Stärken zu sprechen. Das machen die wenigsten. Voll. Deswegen auch Referenzen ins Portfolio schreiben und über die Stärken sprechen, Leute. Kann man machen. Sehr gut. Vorausragend. Ja, total viele Tipps in der ganzen Folge. Da sind ja sehr viele Goodies dabei. Ein Buffet an Hinweisen. Nehmt euch mit, was ihr nehmen wollt. Timo, ich glaube, wir haben es erstmal. Vielen lieben Dank. Danke euch. Danke, danke. Und wir hören uns in zwei Wochen, lieber. Ganz genau. So machen wir es. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.